Hallo ihr lieben Kinder, da ist wieder eure Latex-Mama. Heute habe ich eine ganz liebe Freundin von mir mitgebracht, weil wir euch Bademode von Rabaric präsentieren wollen. Und zwar ist es so, ich trage einen Body, den man sowohl im Alltag tragen kann, als auch als Badeanzug. Jetzt sehr gut geeignet für den Sommer. Von Rabaric aus der Schönbrunner Straße in Wien. Und Petra wird euch präsentieren, ich trage eine Painty von Rabaric von der Schönbrunner Straße. Total zum Baden geeignet und auch kombinierbar mit Textil. Ja, und weil wir heute so einen heißen Tag gewählt haben, dachten wir uns, wir nehmen jetzt gleich mit diesem sommerlichen Outfit ein kleines, erfrischendes Bad. Und währenddessen möchte ich mich gleich bei der großen, großen Anzahl vieler neuer Follower bedanken. Es werden immer mehr die Latex-Mama-Familie beitreten und da freue ich mich sehr. Vielen herzlichen Dank, wenn euch die Bademode, die aber auch als Alltagskleidung sich sehr gut eignet, gefällt, dann würde ich mich über eine nette Nachricht von euch freuen oder über an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, 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 ciao.